Hast du was zu sagen, Emra? Nein. Nein, bist du sicher? Das ist langweilig. Erzähl mal was. Ich wundere es nicht. Komm, erzähl mal was von Schalke. Wie weit führst du? 3-0. Ja, das ist schon mal eine gute Sache. Komm, schieß das 3-0, dann kriegst du wieder so einen künstlichen Ausraster wie vorhin. Das war witzig. Na komm schon. Schieß ein Tor, verdammte Scheiße. Das ist unmöglich, das ist so Weltklasse. Ja und? Schieß ein Tor in 20 Minuten vielleicht, wenn ich Glück hab. Na, immerhin. Jetzt hat er einen kassiert. Nein, noch nicht. Ich glaub schon, ey. Oh, hier haben wir Lars. Erzähl mal was. Du hast Video? Erzähl nicht, sie lest so. Ja, dann erzähl was du liest. Vielleicht will das irgendwann jemand wissen. Ja, derjenige, er es wissen soll, sollte die Ausgabe der Gamestar vom Februar 2008 ergattern. Ja, alles klar. Gut, da müssen wir uns bescheiden. Sepp Malin zu Kevin hin. Mach mal freundlich in die Kamera. Du musst mich abholen. Mach mal Christian, sag mal Christian. Hallo Christian, guck mal schön. Ja, was weiß ich. Ey, du, was machst du da? Nicht filmen, nicht filmen. Wir verlieren uns, wenn du das geht, ey. Vanessa. Ich hab gewonnen. Vanessa. Hast du was zu sagen? Vanessa, das ist ein Video, da kannst du nicht. Ja, toll, aber warum so nah? Warum so nah? Weil wir so schwul sind. Weil wir so extra gays sind. Genau, weil wir so richtig schwule Videos jetzt machen wollen. Deswegen, das stellen wir dann bei YouPorn online und jeder holt sich darauf einen runter. High five. Ja. Zeig dir das Video. Genau schön. Sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Hallo. Na, süß. Das geht doch. Hallo. Jetzt, wir können natürlich auch... Ja. Dann zeigen wir jetzt mal den... Oje. Ist du sicher, dass das unbedingt sein muss? Ich fühl mich zumindest mit dem Server. Nein, ich bin Server. Ich will. Das kostet Geld. Das kostet Geld. Das glaubt er allerdings auch. Aber man sieht gar nicht. Aber man sieht gar nicht. Aber man sieht gar nicht. Wenn ich deine Mutter gehen will, muss ich auch immer Geld bezahlen. Dann will ich mal noch Fenster hoch. Ja, scheiße Mutter. Deine Mutter hält, wenn's klingelt. Ja, das ist doch vor uns und vor uns. Ja, und? Deine Mutter... Die sieht man gar nicht. Halt, halt andersrum. Ja, aber man sieht ja gar kein Licht. Mach mal Licht da an, ey. Mach mal Licht da an, ey. Ja, ist so ein bisschen besser. Oh, nicht auch nicht. Debbie, sag mal hallo. Hallo. Debbie, sag mal hallo. Debbie, sag mal hallo. Christian muss wieder wüsten. Was ist denn? Frieden. Was? Peace. Peace, genau. Auch peace, genau. So, Leute. Ich muss mal hier durch. Oh, sterf. Machst du das Ding ab? Ey, ey, ey. Gib mir den Gameboy. Nein, nein, nein. Ich will spielen. Ja, okay. Gib ihr den Gameboy. Komm, Christian, film du mal ein bisschen weiter. Kommentieren und so? Weißt ja, ne, Christian? Liebe Eltern und Verwandte. Das ist ein Jude. Er hat gerade in einem Judenladen gegessen. Ja, stimmt. Ja, aber Burger King. Also, das ist ein Jude? Nach seinen eigenen Aussagen zumindest schon. Was denn? Er hat vorhin in einem Judenladen gegessen. Das ist Imre. Ihr habt mich schon gefilmt. Er ist ein bisschen schüchtern, aber egal. Den kenne ich nicht. Er heißt Dennis. Ich heiße nicht. Und das ist meine Freundin. Katrin. Das ist Kevin, sag was. Er ist auch ein bisschen schüchtern. Deine Mutter ist auch schüchtern. Danke. Ich weiß. Wollt ihr meine dreckigen Zähne sehen? Jetzt sag ich unsere Sklaven. Ah, du bist griechisch, russisch. Jetzt sag ich Ego Shooter Live Doom 4. Der jungen Ego Shooter. Danke schön, auf Wiedersehen. Geht mal weiter da. Geht mal her. Ich muss weitermachen. Dann muss das ja hier machen. Jetzt hör doch mal auf damit. Bolo, das ist die Kamera aus. Scheiß Kameramann, ich hole dich aufs Mauer. Kamera, komm mach mal Bolo für uns. Genau. Ich bin der Gangster, weil ich meine Klappe so trat. Schöner, wagen, schöner, wagen, schöner. Schöner, wagen, schöner, wagen, schöner. Oh yeah. Komm, Kommunismus. Aaaaaah. Aaaaaah. Sauere Sache, ey. Bei Christian sah das jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja, bei Christian ist halt Schuhmann. Die passen die Spiele hier nicht rein? Die passen nicht rein? Ich glaub nicht. Ich glaub schon. Wollen wir da Wetter abschließen, ob die da wirklich reinpassen? Du kannst wirklich mal versuchen. Du kannst wirklich mal versuchen. Ja, aber ich will Musik hören und die halt jetzt hingehen wollen. Michael, sag ich, da sollen wir den iPod jetzt geben. Das ist genug. Nein? Tut mir leid, da musst du das Spiel reinpusten. Was willst du damit machen? Ich kann den Buch geben. Du musst einmal, zweimal reinpusten. Warte, ich versuch's mal. Du musst reinblasen. Aber los, tiefer Mann. Tiefer. Fuck, Mann. Er hat mich schon 10.000 Mal gefilmt, Alter. Ist ja jetzt genug. Nein, 10.000 Mal? Das ist untertrieben. Insgesamt ungefähr 10 Minuten. Also komm schon, ja? Jetzt hätten wir noch ungefähr 40 übrig. Oh mein Gott! Okay, wo ist der Kopfhörer? Telefon. Hier. Kommt er abholen heute, ne? Viertel nach acht. Steht doch einer da auf. Aufschluss. Ja, wir sind ja gleich bei Funfall. Ja, Tom. Juhl, Juhl. Jo, das ist gestorben. So sieht's aus. Und weil wir alle so viel Spaß an dieser Sache haben, füllen wir uns jetzt sinnlos und vollkommen bescheuert. Ach, mal laber, ich wäre doch scheiße. Also Leute, Kevin hat jetzt gerade den absolutsten Distanz des Lebens. Er telefoniert sogar dabei. Aber da kann ich mal kontern. Zeig auf ihn, zeig auf ihn. Okay. Trotz ein bisschen. Mach mal das Lichter an, Christian, das andere noch. Was? Der war nicht gut, er muss kontern, er wird nicht kontern. Um Gottes Willen, Kevin kontern ihn. Erdbeben. Erdbeben. Okay. Spaß, wo ihr seid. Ja, Emra checkt gerade meine krasse Musik-Playlist aus. Schaut euch mal den Schild an, Jungs. Das ist einfach nur geiler als ihr. Dann müsst ihr erst mal auf euer Leben klarkommen hier. Wo ist ein... Bei meinem harten Scheiß. Wo ist Whisky in the Jar? Whisky in the Jar? Natürlich unter Metallica Garage Inc. Und dann da... Oh mein Gott! Fuck! Ich hab die Seite. Schön! Oh mein Gott! Prost! Prost! Genauso, so macht man das. Jetzt chill ich. Okay, dann schälen wir jetzt alle mal. Bevor die mich jetzt hier gleich umbringen, hören wir mal besser auf.